so ja hallo liebe leute schön dass ihr da seid zum panel zum thema eigenanbau freue mich besonders heute micha knot begrüßen zu dürfen als input referenten zu dem thema viele von euch kennen ihn schon aus youtube und von diversen artikeln aus den letzten zwei jahrzehnten micha hat sich sehr viel mit cannabis beschäftigt und eben auch mit dem thema eigenanbau mit den rechtlichen bedingungen mit möglichkeiten in anderen ländern und so weiter insofern einen herzlichen applaus für micha und vielen dank herzlich willkommen zu meinem kurzen input vortrag welche regeln braucht es für den eigenanbau die formatierung meines meines power falls es zu wünschen übrig ein bisschen sorry aber ich glaube das kriegen wir in fünf minuten auch so ganz gut hin ich habe mir überlegt wir müssen erst mal definieren wobei reden wir denn mehr von eigenanbau beim eigenanbau geht es jetzt nicht darum selbst gras anzubauen also das ist nicht die definition weil das kann man auch in viel größerem umfang umfang als für sich selber ich frage bei der eigenen anbau da geht es darum für sich und eventuell auch für seine lieben ja also ich rede davon nach großen wg oder so das kann nachher bis für einen eigenen bedarf zu hause anzubauen nun ist es aber leider so dass die übergänge zwischen dem kommerziellen und privaten anbau relativ unklar sind da gibt es leider auch keine rechtsdefinition die gerichte gehen derzeit davon aus oder nehmen ans anhaltspunkt dass alles was unter 20 pflanzen ist nicht kommerziell ist ab 20 pflanzen ist es eine aber ist es eine amateur plantage das ist dann auch noch nicht kommerziell von 100 bis zu 1000 pflanzen wird diese anlage dann als halb kommerziell angesehen und wer mehr als 1000 pflanzen zu hause hat der wird meistens als kommerzieller grauer eingeschuft wobei man sagen muss das ist halt in keinem gesetz verankert das ist eher ein anhaltspunkt für die gerichte und für die polizei aber meistens kommt es dann auch auf die auffinde umstände und auf andere dinge an auf die beweggründe des anbaus auf dem verkauf nachgewiesen wurde und so aber grundsätzlich ist es halt sehr klare eine sehr unklare rechtsdefinition wovon wir hier beim eigenanbau reden und deswegen kann man halt auch nicht sagen dass die oder kann man sagen dass die meisten plantagen über die man in der zeitung immer so liest ja dass die polizei wieder eine cannabis plantage gefunden hat da handelt sich gar nicht um cannabis plantagen die letzten zahlen dazu wurden auch erst wurden 2017 im lagebild rausschrift des bka veröffentlicht da wurde dann auch klar dass ein großteil damals waren es zehn von insgesamt 668 anlagen zu dieser zeit kommerziell waren alle anderen waren alle anderen anlagen die damals gefunden wurden waren halt nicht kommerziell oder nur semi kommerziell der größten anteil haben die anlagen unter 100 pflanzen dargestellt das waren über 600 und seit 2018 hat das bka dann im lagebild rausschrift aufgehört da genauer zu unterscheiden da seitdem werden nur noch die ganz großen fische als präzedenzfälle eingeführt ich sage mal bka sagt sie haben das wegen der systemumstellung so gemacht also dass sie die kleinen anlagen nicht mehr erwähnen ich vermute eher das ist halt ja auch zu den in der derzeitigen politischen lage ist es halt kein ruhmes platz des bka wenn die weiße wo die die größten fahndungs aktivitäten dann halt kleine grauer betreffen kann man aber im rausschrift lage bild seit 2010 2009 kann man das jedes jahr nachlesen also es die meisten plantagen die gefunden werden sind gar keine so dann wird der eigenanbau natürlich im vergleich zu konsum und besitzdelikten sehr hart bestraft weil die vorratshaltung beim eigenanbau natürlich unvermeidbar ist ja das ist anders als wenn man sich ab und zu mal was zu rauchen kauft ist aber rechtlich besonders für die eigenanbauer sprich für die konsumenten die das zum eigenen anbau machen dann natürlich sehr nachteilig weil oder vorratshaltung funktioniert der eigenanbau nicht deswegen darf man in ländern wo der eigenanbau reguliert ist dann halt auch ein bisschen mehr zu hause rumliegen haben da komme ich aber gleich noch mal zu und was halt auch noch in meinen augen ein wenig problematisch ist es gibt viel indoor anbau aufgrund der bestehenden gesetzes lage weil es einfach verboten ist outdoor traut sich kaum jemand anzubauen und so kann man eigentlich sagen der ganze indoor bereich hat sich nur entwickelt weil cannabis verboten wurde kein mensch wäre ohne das cannabis verbot darauf gekommen cannabis jemals indoor anzubauen und das halte ich wiederum für problematisch weil wir reden gerade von energiesparen wir reden von der energiekrise wir reden von nachhaltigkeit jeden tag und kaum einer weiß wie schädlich der indoor anbau ist und ich habe jetzt mal ein paar zahlen euch mitgebracht hatte ich mal kurz weiter könnt das vielleicht sehen oben ja also ein gramm cannabis brauchte zwischen 0,5 und ein kilogramm co2 sind drei kilometer mit dem benzin auto eine ganze ernte im durchschnitt 250 kam für einen selbstversorger mit einer kleinen lampe braucht also zwischen je nach anbauart ja je nach lampe 120 und 250 kilogramm co2 im vergleich dazu eine flasche bier zwischen auch je nach brauart nach energieart zwischen 0,7 und 2,5 kilogramm co2 und was ich eben schon gesagt habe der indoor anbau der indoor anbau wurde nicht aus ökonomischen gründen erfunden oder agrarwissenschaftlichen beweggründen erfunden sondern einfach nur aus angst vor der strafverfolgung dass der einzige grund warum cannabis in hallen angebaut wird ja normalerweise die ökonomische art ist cannabis im gewächshaus anzubauen und in ländern wo es im winter die beleuchtung nicht ausreicht werden dann halt ein paar lampen dazu geschaltet so dann das ist jetzt sozusagen der status quo wo wir uns jetzt bewegen der zweite teil ich habe ja leider nicht viel viel zeit geht darum warum muss eigentlich eigenbar oder warum denke ich das eigenanbau als legale option sein muss weil ich denke dass der schwarzmarkt unregulierten anbau anbau noch schwerer zu bekämpfen ist stichwort niedrigere strafen es wird sicher so sein wenn cannabis legalisiert wird können die strafen für den eigenen anbau nicht mehr so hoch sein wie jetzt das ist absolut unverhältnismäßig länder die cannabis an cannabis konsum und verkauf legalisiert haben den konsum den anbau aber verboten haben wie zum beispiel washington state haben auch die mussten die strafen für den cannabis anbau senken zum beispiel in washington state ist der die höchststrafe für cannabis anbau fünf jahre ja vorher war es eine schwere straftat ähnlich wie bei uns und die theoretische höchststrafe war damals noch über 10 waren damals zehn jahre und grundsätzlich hat sich in washington state das nenne ich immer ganz gerne als beispiel hat gezeigt dass kleine grower eigentlich gar nicht mehr strafverfolgt werden weil die gerichte dort auch die möglichkeit haben die verfahren einzustellen und das hat jetzt dazu geführt dass in washington state nach sechs jahren eigenanbau verbot das parlament das der landtag so gesagt hat okay wir machen die washington home grow bill die ist jetzt gerade in der ersten lesung und ich denke nächstes oder übernächstes jahr wird auch dass der letzte bundesstaat in den usa der den eigenanbau bei legalem verkauf verbietet den eigenanbau dann auch auf eine art reguliert haben und ich denke deswegen ist es besser wenn man den eigenanbau von anfang an reguliert denn mehr als ein bisschen verboten kann der eigenanbau nicht sein und ein bisschen verboten ist immer doof ja da weiß man wer am ende von profitiert das sind dann nämlich die leute die dann nur so tun als wäre es für sie selber so jetzt ganz zum schluss meine fünf minuten sind ja schon ganz rum ich habe jetzt hier mal die position vom dhv zum eigenanbau noch mal noch mal dahin noch mal zur disposition gestellt ja der dhv meint mal meint halt zur deckung des eigenen konsums sollte der erwerb einer besonderen lizenz ohne zahlung von steuern legal möglich sein und die der eigenanbau sollte von der kommerziellen produktion abgegrenzt werden eine unentgeltliche abgabe verschenken an erwachsene freunde ist erlaubt und im rahmen anbaus soll zeigen anbaus sollte es natürlich auch solche clubs wie in spanien oder in uruguay geben wo dann halt gemeinschaftlich cannabis angebaut wird sozusagen art cannabis kultur entsteht und das gemeinsam angebaute cannabis dann nach einem vorher festgelegten schlüssel an die mitglieder verteilt wird gegen den unkostenbeitrag ganz zum schluss habe ich auch noch was zu sagen ich meine ich pflichte eigentlich der position vom dhv komplett zu aber ich bin der meinung eine meldepflicht ist zur abgrenzung vom illegalen anbau unbedingt notwendig ich rede hier nicht von einer genehmigungspflicht ich rede hier von einer meldepflicht sollte es für den eigenanbau nämlich keine meldepflicht geben wird die abgrenzung zu dem kommerziellen anbau unmöglich zum zweiten wird es eine cannabis obergrenze geben der rea beim im rahmen des neuen gesetzes das hat die regierung ja schon angekündigt und wer zu hause selbst cannabis anbaut hat eine vielfach mehrere vorratshaltung notwendig als diese obergrenze sein wird das heißt wer zu hause cannabis anbaut muss in der lage sein das auch nachzuweisen warum er beispielsweise wie in uruguay 480 gramm vorratshaltung betreiben darf in uruguay ist das so wer zu hause anbaut und das vorher meldet das ist ein einfaches formular das kann man online ausfüllen der darf bis zu 480 gramm cannabis zu hause lagern weil sie aus dem eigenen anbau stammt darf aber nur eine unze mit auf die straße nehmen oder wenn er wenn er halt unterwegs ist ja andere normale kiffer in uruguay dürfen nur eine unze besitzen ja das ist also rechtlich natürlich wenn wir wenn wir jetzt sagen würden okay es gibt keine obergrenze für cannabis jeder darf so viel besitzen wie er will dann müsste der eigenen anbau in meinen augen auch nicht meldepflichtig sein aber aufgrund der zu erwartenden obergrenze gibt es ein totales chaos wenn der anbau nicht meldepflichtig ist weil dann halt viele leute den eigentlich diese den paragrafen auf nutzen um cannabis halt auf dem schwarzmarkt weiter zu verkaufen so das war dann auch schon meinen mein vortrag für heute ich habe jetzt noch ein paar anregungen für euch ist ja solange der flog dran ist als anregungen für fragen habe ich mir einfach mal rausgenommen und ansonsten vielen dank fürs zuhören und ich setze mich jetzt und diskutieren und stimmen mit euch ab schönen dank super vielen dank micha für diesen input ich würde sagen ich gebe euch mal zehn minuten gelegenheit noch darauf zu reagieren wenn es leute gibt die fragen dazu haben oder anmerkungen zu diesem vortrag dann habt ihr jetzt die gelegenheit dazu danach werden wir uns gezielt den fragen widmen die wir eben vorher herauskristallisiert haben die aus unserer sicht naheliegend sind und diese einzeln besprechen also gibt es leute die jetzt schon reagieren wollen okay hier vorne haben wir jemanden der das mikro transportiert haben wir nicht christian ich habe dich gesehen vorhin du bist doch du bist doch erfahren du bist doch unser profi in diesem bereich von daher tausend dank dass du diesen job jetzt so spontan übernimmst okay machen wir erst simon und danach die damen hier vorne ja hallo ich bin simon und meine frage geht auch dahingehend wie wir das machen wenn auch pflanzen im anbruch sind und schon blüten getrocknet sind wie ist es mit der menge weil auch bei bier ist es ja so dass ich glaube 200 liter die höchstgrenze sind das heißt würde durchaus sinn machen auch bei cannabis gerade am anfang der digitalisierung im eigenen anbau eine feste menge festzulegen aber wie machen wir das dann gerade wie ist das schnell gebaut bei cannabis sind ja drei vier monate und in welchem stadium gilt dann welche menge hier vorne die damen hallo ich bin die marina und ich möchte gerne was zu der meldepflicht sagen kann ich gut nachvollziehen aber andererseits kann ich mir auch vorstellen dass das nicht besonders gut ankommt ich denke es wird leute geben die bedenken haben und sagen naja wenn die regierung sie es anders überlegt uns wieder verbietet dann wissen sie ja wo sie gucken müssen ja das sind meine bedenken dazu das war auch meine erste reaktion auf mich ja dass es sicherlich in den ersten jahren nach einer legalisierung bei ganz vielen leuten erst mal ängste geben wird mit behörden in kontakt zu treten sich dazu outen quasi wenn wir höchstmengen festlegen müssen wir differenzieren zwischen dem was das getrocknet in meinem vorratsschrank liegt und den pflanzen die ich im moment gerade draußen stehen habe gerade wenn ich bedenke ich ernte am schluss nur die blüten und habe einen haufen blätter die ich wirklich daneben kompostiere oder wieder weiter verwende das zählt ja nun wirklich nicht als das gras was ich verwende wie will man da jemals eine höchstgrenze festlegen an gramm oder an gewicht das ist meine frage die ich mal so in den raum stelle ist definitiv ein punkt kann man natürlich gewissen sinne durch den thc gehalt unterscheiden aber ist definitiv eine spannende frage ja ja ich habe tatsächlich auch zu der meldepflicht eine frage weil sich mir jetzt der sinn noch nicht so ganz erschlossen hat ich kann zwar nachvollziehen dass man sagt ja mensch dann kann ich ein bisschen mehr bei mir haben aber inwiefern wirkt das dann tatsächlich gegen diejenigen die es produzieren um es zu verkaufen weil ich kann ja wenn es legal ist kann ich ja mich melden als als grower und verkaufe ich halt trotzdem so also und darf dann halt legal die 480 gramm bei mir haben das halte ich für ein bisschen schwierig und auch alle anderen kennzahlen außer pflanzen anzahl halte ich für schwierig wir wissen alle wie unterschiedlich die erträge am ende sein können je nachdem was für ein was für ein ausgangsprodukt ich verwende und dann noch eine ganz andere frage wenn ich wenn es doch erlaubt ist also wenn ich wenn ich das jetzt ich darf jetzt x pflanzen bei mir haben welchen tatsächlichen anlass sollte es dann geben bei mir zu kontrollieren außer es gibt ein register wo drin steht ich bin gemeldeter grower und jetzt kommen wir mal kontrollieren ja danke ja michael vielleicht möchte reagieren auf das gesagte das würde ich ihm gerne ermöglichen ansonsten noch die beiden leute hier vorne und danach würde ich dann in die fragen gehen die wir vorbereitet haben wenn das in ordnung ist also alle an alle skeptiker ich bin selber ein skeptiker der meldepflicht aber wir müssen die sache andersrum aufrollen und zwar die legalisierung wird nicht ohne eine besitzhöchstmenge vonstatten gehen das wird nicht passieren wenn das wenn das der fall wäre würde ich sagen super und wenn wir die den eigenanbau gerne legalisiert hätten möchten dass der eigenanbau ein teil dieses gesetzes ist müssen wir aktiv etwas anbieten wie es reguliert werden kann wenn wir sagen das kann eh nicht reguliert werden ja die es gibt eh keine obergrenze und mit den blättern die 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 kam das kann man eh alles nicht trennen dann sagt der gesetzgeber okay dann lassen was und deswegen bitte ich alle zu verstehen dass wir sind sozusagen hier um dem gesetzgeber eine steilvorlage zu geben und zwar im rahmen der bestehenden möglichkeiten wenn ich das gesetz machen würde würde ich auch sagen es darf jeder drei oder fünf pflanzen anbauen ohne 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 höchstmenge ohne alles ja und der markt ist das regulativ und der jugendschutz aber das funktioniert in meinen augen nicht und deswegen müssen also wenn wir es nicht aktiv machen kann es in meinen augen sein dass wir gar nichts kriegen und deswegen biete ich dem gesetzgeber was an was in meinen augen machbar ist und uns auch allen weiterhilft realpolitik danke noch einmal das blaue t-shirt und das gelbe t-shirt und dann also ich will mich eigentlich zustimmen aber was ich auch noch mal wo ich auch noch eingehen wollte bei bier zum beispiel es sind 2000 liter im jahr und ich muss wenn ich bier brauche also in meinem umfeld gibt es auch ein paar leute die das machen man muss jeden brauvorgang anmelden und damit das und das ist eigentlich wenn ich die 2000 liter über steige ist es dann quasi steuer hinterziehung weil ich darf 2000 liter steuerfrei anbauen und danach muss ich bin ich kommerzieller brauer und muss steuern darauf zahlen und so klar wie man das am ende misst welches wie viel gramm ist das produkt so könnte man sich das ja auch bei cannabis vorstellen dass man dann sagt steuerfrei sind ein kilo pro jahr die ernten die man im jahr oder dann definiert werden und danach ist es eben nicht mehr steuerfrei danach ist es kommerziell und wenn man sich an was anlehnt weil wie gesagt es muss realistisch bleiben was aktuell schon gemacht wird dann kann man das ja in der politik auch viel besser durchsetzen wenn es schon da bestehende funktionierende modelle gibt und natürlich was ich auch noch mal dazu sagen muss im bierbereich bier ist so in der gesellschaft etabliert keinen der bierbraut den ich kenne melde das an weil es interessiert hat auch niemanden und naja wollten sie noch mal oder hat sich erledigt gut ja vielen dank erstmal für eure inputs luke ich würde jetzt ganz kurz in die erste frage gehen wir haben das ja alles ein bisschen sortiert auch noch damit sind wir genau bei dem thema über das wir eben schon hauptsächlich diskutiert haben genau die frage ist noch gelockt ihr könnt noch nicht abstimmen ja noch nicht noch nicht die handys zücken wir wollen jetzt erstmal hier in die diskussion gehen konkret zu diesem punkt ungefähr 15 bis 20 minuten haben wir pro frage es kamen eben schon ein paar inputs aber von daher widmen wir uns weiter der frage anmeldepflicht ich denke mal luke deine meldung ging auch in die richtung oder war das was anderes okay jonas hier vorne ja mikro also ich muss sagen als ich das jetzt gerade gehört habe anmeldepflicht hat sich erstmal in mir das ziemlich gesträubt das ist irgendwie so entgegen aller instinkte aber die argumente waren auf jeden fall überzeugend finde ich man müsste definitiv differenzieren in der höchstmenge denke ich wenn man höchstmenge haben will mit dem einen verkauf verhindern will von privatpersonen dann braucht man höchstmenge die differenziert zwischen groan und normalen konsumenten und es lässt sich wirklich nur mit einer anmeldepflicht umsetzen das sehe ich auch so problem dabei ist natürlich wenn man das anmeldet kann natürlich theoretisch auch eine anmeldung stattfinden und dann stellt sich trotzdem das ganze zimmer voll aber kann im zweifelsfall nachweisen ich mache das angemeldet das heißt sofern man keine kontrollen durchführt wäre das ganze irgendwie ein zahnloser tiger gefühlt weil man ja ist klar genau und zum thema von wegen dann wenn der staat sich anders überlegt wissen sie ja gleich wo sie nachgucken können wer was hat zu hause da denke ich mal ich bin nicht ganz so technisch drin aber ich wäre relativ sicher dass es da eine möglichkeit gäbe das irgendwie mit verschlüsselungstechnologien man sozusagen keinen direkten persönlichen bezug herstellen kann dass bei person x jetzt aus dem register heraus pflanzen stehen aber das person x im zweifelsfall nachweisen kann dass sie das da angemeldet hat ich denke mal da müsste natürlich informatiker sich eher überlegen wie das genau funktionieren könnte aber das wäre glaube ich prinzipiell machbar irgendwie genau das war es soweit erstmal also ich muss auch sagen ich habe da keine eindeutige meinung zu bisher ist ein zweifelschneidiges wert ja dirk dann lukas ja hallo dirk ich ich finde die meldepflicht grundsätzlich schön ich träume davon irgendwann mal legal anbauen zu dürfen und wenn ich denn halt mich online registrieren muss dafür dann ist es für mich eine rechtssicherheit eben gerade in einem rahmen wo wir sagen es gibt eine höchstmenge jetzt vor allen dingen in den ersten jahren einer legalisierung und dann trotzdem rechtssicher anbauen zu können und sagen sie können ja ich habe mich angemeldet das ist wie wenn ich im gabin oder sonst was eben das ist ein ganz normaler prozess das schöne daran ist ja erst mal eben es folgt ja daraus keine überprüfung soweit ich das zumindest mal sagen würde das fände ich wichtig dass da jetzt nicht irgendwie die behörden kommen und jedes jahr einmal reinkommen zu hause und das eine anmeldung damit ist es erfolgt und damit ist gut und damit habe ich die sicherheit wenn irgendein nachbar mich anzeigt dann kann die behörden gucken sagen nö der ist angemeldet braucht man nicht hin drops gelutscht von daher finde ich die meldepflicht grundsätzlich super ich habe auch genug vertrauen in unseren staat weil wir zum glück nicht in china oder sonstiges leben dass dann meine daten nicht missbräuchlich verwendet werden wenn sich der gesetzliche wind mal wieder ändert da habe ich zumindest mal genug vertrauen rein kann ich auch falsch liegen oder nicht deswegen finde ich es einen schönen ansatz den eigenanbau zu ermöglichen denn meine große angst und die habe ich auch wirklich immer noch ist dass der gesetzgeber aufgrund der komplexität des themas den gesetzlichen schwanz ein zieht und es nicht macht und das wäre für uns alle ein riesengroßer nachteil ich würde auch noch mal die lanze brechen für eine meldepflicht weil ich sehe da viele viele vorteile drin einmal ist natürlich der punkt der menge die ich dann zu hause habe die über eine gewisse menge geht die ich sonst haben dürfte der zweite punkt ich könnte im gleichen atemzug auch sachen wie ein social club ermöglichen indem ich eine persönliche menge habe die ich anbauen darf sei es ein quadratmeter sei das eine wattzahl das auch immer die ich entweder zu hause nutzen kann oder eben diese auch weiter abgeben kann und es muss ja irgendwo registriert sein wo ist meine menge hin mache ich die jetzt zu hause oder mache ich die in einem social club und so haben wir wirklich eine regulativ wenn das jetzt noch die finanzbehörde am ende kriegt dann interessiert die sich eh nicht für strafverfolgung die will nur geld sehen da habe ich auch keinen zweifel daran dass das missbräuchlich genutzt wird wir haben noch mal ein eigenes panel zum thema social club aber es ist definitiv eine spannende frage wenn man zu hause anbauen darf und im social club dann hat man ja die doppelte menge quasi michael mein name ist michael greif und ich finde es sehr spannend wie die gesetzliche situation bei anderen substanzen ist also werden ja eben schon das beispiel bierbrauen da muss man anmelden wenn man tabakpflanzen selber anbaut unter 100 pflanzen ist keine anmeldung erforderlich interessiert den staat nicht wenn man private wein anbaut ist auch keine anmeldung erforderlich kann man sich auch den wein selber machen interessiert den staat auch nicht wenn man aus dem wein oder dem man sich einen schnaps brennen möchte dann darf man das mittlerweile zu hause nicht mehr und muss es in der abfindungs brennerei bringen und wie manche vielleicht auch wissen gibt es auch andere psychoaktive pflanzen die jetzt nicht im ja wie soll ich sagen im klassischen schema sehr bekannt sind aber die auch zum rausch durchaus taugen und dementsprechend verwendet werden können und da gibt es auch keine regulierung so weit der solange der anbau nicht offiziell zu rausch zwecken was das offiziell sind so lange der anbau nicht zu rausch zwecken erfüllt erfolgt sozusagen also wollte ich nur mal so als hinweis geben um das ganze ein bisschen einzuordnen weil es dann sehr spannend ist wie geht man mit welcher substanz um wie viel kontrolle soll sein und da bin ich auf jeden fall auch auf weitere meinungen jetzt noch gespannt danke für den professionellen input und den background genau einmal hier gelbes t shirt und dann haben wir auf der linken seite zwei noch ich bin wie ich bin wie die meisten leute einverstanden dass es eine meldepflicht geben sollte um einfach sich selbst zu schützen allerdings mir wäre es wichtig dass der meldepflicht oder der meldung nicht bei der polizei passiert sondern bei einer organisation ja hallöchen mein name ist christian und ich bin absolut gegen eine meldepflicht warum wenn man muss ja man muss ja irgendwo weil das wäre ja ich glaube dass das problem ist wenn man dagegen verstößt ist es glaube ich sagen wir mal ein verstoß gegen die steuergesetze und die werden ja sie immer ziemlich knallhart bestraft hier in diesem land und wenn wenn wir jetzt sagen gut eigenanbau ist möglich dann muss man ja irgendwo vorangehen und sich sagen erst mal was sind die grenzen meine wenn man jetzt eine meldepflicht hat ist ja nicht so so habe ich jetzt hier verstanden dass dann man so viel anbauen kann wie man will und so viel bunkern kann zu hause wie man will ich gehe mal davon aus dass sie trotzdem wenn es eine meldepflicht gibt dass man dann auch sein dass da auch einschränkung geben wird nehme ich mal an so was ist der unterschied zwischen wenn ich jetzt eine vorgabe habe vom start dass ich nur drei pflanzen anbauen darf 1000 gramm zu hause bunkern darf warum muss ich mich dann noch zusätzlich dafür melden weil ich habe doch die vorgabe und man kann jederzeit kontrollieren bei mir zu hause wenn vier pflanzen nur möglich sind dass auch nur vier pflanzen da sind falls ein lieber nachbar aufmerksam geworden ist und dass der polizei gemeldet hat dann kann ich auch immer noch nachweisen dass ich zu hause nur 1000 gramm haben oder weniger warum muss ich mich melden ich kann das verstehen vom start her dass er sagt wir müssen jetzt mal irgendwie kontrollieren gut dann ist man jetzt irgendwo gemeldet und ich sage voraus dass die politischen systeme auf dieser welt nicht besser werden sondern restriktiver werden und ich kann nicht sagen was in zehn jahren ist in der bundesrepublik ob die nicht die systeme von von china übernehmen gut man mag mir vielleicht vorwerfen dass ich vielleicht negativ denke und vielleicht aber ich sage immer während den anfängen und wer hier irgendwo sich hinstellt und sagt ist eine wunderbare sache ich gebe meine daten und wenn ich meine daten gebe dann wird irgendjemand was damit machen und wenn jemand zu mir kommt und sagt gut okay wir haben grenzen und diese grenzen werden von mir eingehalten und das ist sozusagen eine eine verpflichtung von mir als bundesbürger ich sage weil ich die gesetze einhalte ich halte mich daran warum muss ich noch irgendwas melden für mich ist nicht gesetzessicher gesetzessicher bin ich dann wenn ich nicht mehr als 130 fahre wenn 130 dran steht ich musste nicht auch melden dass ich jetzt heute 100 mehr als 130 stunden oder ich werde jetzt heute 130 stundenkilometer fahren und diese 130 stundenkilometer werde ich auch einhalten da muss ich auch nicht melden also das argument von micha war ja wir wollen über die eigenbedarfsmenge hinausgehen die man unterwegs transportieren kann 30 50 gramm wir wollen vielleicht ein kilo zu hause lagern dürfen dafür brauchen wir eine anmeldung um das rechtlich abzusichern da hinten luke der mann mit dem hut schönen guten tag ich heiße luke ich bin cannabis dokumentarfilmer ich würde gerne auf einen aspekt von dem vortrag von micha eingehen den ich persönlich sehr wichtig finde auch gerade im kontext dieser dieser frage hier und zwar inwieweit wollen wir jetzt das thema eigenanbau auch politisch mitgestalten wenn wir wissen dass wenn jeder grower der bisher aufgrund von dem verbot darauf angewiesen war zu hause sein eigenes cannabis zu grown wenn wir vier millionen genuss cannabis nutzer haben nutzerinnen haben in deutschland vier millionen equipments von home grow das ist so viel überfluss den wir eigentlich gar nicht bräuchten wenn wir den anbau in hände von menschen begeben die mit liebe und ohne pestizide und ohne chemie pflanzen finden viel günstigeren viel für uns persönlich weniger aufwand das in ihre eigenen hände nehmen wenn jetzt zum beispiel von bio landwirten sprechen oder von cannabis social club modellen das nur noch mal so als hintergrund und ich glaube auch wieder herr hier vorne gesagt hat so was warum soll der staat wissen was ich genau zu hause mache wenn wir kurz vor einer legalisierung sind wo wir davon reden ich will endlich mein recht wahrnehmen eine pflanze zu konsumieren anzubauen weiter zu geben solange ich nicht großmengen anbau zu hause und dann verkaufe und damit in den markt rein gebe halte ich die registrierung auch als persönlicher grower für unnütz kann aber die leute verstehen die sagen sie wollen mehr transparenz haben aber ich finde diesen diesen aspekt eigenanbau den müssen wir noch mal gerade klima technisch viel viel weiter denken weil wir viel günstiger viel besser viel hochqualitativer cannabis für die vielen nutzer nutzerinnen herstellen können und dabei auch die ganzen landwirte mit einbeziehen können weil wir haben hier eine landwirtschaftskrise und ich glaube cannabis kann nicht nur diesen recreational bereich mit formen sondern kann auch ganz viele andere positive aspekte mit sich bringen die wir bisher noch in den meisten konversationen aus acht lassen erst mal hier und dann ganz hinten links noch genau ich habe mich gar nicht vorgestellt fällt mir ein ich bin jonas von der berliner ortsgruppe und habe noch ein paar argumente für beide seiten tatsächlich was für eine meldepflicht noch sprechen würde ist der vorteil aktuell haben wir die situation dadurch dass alle Leute die cannabis anbauen das illegal tun oder nahezu alle sind sie im grunde genommen vogelfrei sozusagen das heißt wenn ich weiß person x baut was zu hause an und hat da so und so viele pflanzen kann ich einfach bei ihr einbrechen nachts sie bedrohen ihr den kram klauen und weiß ganz genau sie geht nicht zur polizei weil sie dann in bau wandert dafür das könnte man natürlich mit einer meldepflicht auch an sicherheit schaffen sozusagen dass es eventuell die möglichkeit gäbe optional freiwillig den go sozusagen mit ein paar bildern ab und zu zu dokumentieren dass man auch nachweisen könnte ich hatte diese pflanzen und die hat mir der und der geklaut oder das ist irgendwas passiert so dass man oder meinetwegen auch im garten dass ich einfach nachweisen kann ich hatte hier was und man zumindest eine gewisse sicherheit für die grower schafft das auch versicherung sagt mich ja gerade wasserschaden genau das war der eine punkt was dagegen sprechen würde natürlich also wie gesagt wenn man es nicht kontrolliert ist es sinnlos eigentlich wenn man es kontrolliert wäre es aber auch blöd weil wenn man es angekündigt macht ist auch auch unsinnig wenn man es unangekündigt macht habe ich stelle ich mir diese sehr unangenehme situation vor dass ich gerade total storn zu hause auf dem sofa liege mir irgendeinen fetten edible reingeballert habe und dann plötzlich ein paar beamte vor meiner tür stehen plötzlich mein go sehen wollen auch eine sehr unangenehme sache würde ich auch nicht haben wollen und abschließender punkt noch ist natürlich auch dann die frage wenn ich wenn ich jetzt im haushalt lebe mit mehreren personen die alle erwachsen sind und alle ihre pflanzenanzahl haben dürfen ist es sinnlos wenn sich jeder einen eigenen schrank ins zimmer stellen muss auch auf das argument vorhin bezug nehmen von wegen das ist ja massiv equipment und schlechte effizienz das man dadurch hat deswegen ist es sinnvoll wenn ich für meine leute in derselben wohnung das zeug mit anbauen darf da ist natürlich die frage wo zieht man die grenze darf ich noch für meine familienmitglieder außerhalb des haushalts anbauen eventuell noch für gute freunde weil ich der beste wäre der wäre der es am besten kann und die anderen sagen ich lasse lieber jonas machen könnte man dann natürlich auch nur dadurch ermöglichen dass man das anmeldet meine pflanzen stehen bei kumpel xy das nicht kumpel xy mit 100 pflanzen am ende sagt ja dem gehören drei dem drei dem drei dem drei so damit bin ich fertig dankeschön wird noch so drei vier meldungen zulassen und dann widmen wir uns der abstimmung ja ich habe noch mal zu der registrierung beziehungsweise einen punkt der mehr gerade noch den kopf wandert wir mit so ein paar argumente gehört die die jetzt für eine registrierung sprechen und das sind alles argumente die dem grower einen mehrwert bieten sollen und tatsächlich ist doch die frage wenn wir jetzt in auf einer politischen ebene irgendwie da über über irgendwelche rahmenbedingungen diskutieren möchten ist ja die frage was bringt das jetzt dem gesetzgeber ja und der gesetzgeber hat doch dem grunde nach ein interesse daran zu sagen pass auf eine gewisse pflanzen anzahl oder quadratmeter anzahl ist mir völlig wurscht aber das ist das ist die höchste menge die du haben darfst und wir sind ja dem grunde nach irgendwie so ein bisschen souverän ja und dann 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 fände ich völlig legitim zu sagen wir haben rahmenbedingungen an die hält sich jeder so wie wir das in anderen zusammenhängen auch haben und die die sich nicht daran halten die werden gegebenenfalls auffallen oder auch nicht so wie das in anderen verhältnissen haben und wir haben keinen keine also ich habe jetzt noch keinen sinn stiftenden mehrbeitrag aus dieser registrierung wahrnehmen können außer ich schütze mich davor dass mich irgendeiner anzeigt ja also wenn ich grundsätzlich sage x pflanzen sind erlaubt mit einer gewissen höchstmenge und das darf jeder ohne sich zu registrieren habe ich genau denselben effekt wie wenn jemand registriert eins zwei drei vier fünf und danach machen wir zu ja hallo bin der andrew aus regensburg mir ist nur eins irgendwie gerade gekommen ist sind irgendwie in kann er glaube ich momentan 15 prozent aller konsumenten die wirklich selber anbauen bei vier millionen konsumenten in deutschland sind es praktisch 60.000 leid ja die kann der staat locker kontrollieren ohne dass er irgendwie registriert sein muss die 60.000 leute bauen hat vielleicht eine eine pflanze mehr oder zwei na und wo ist es 600 es werden nicht 600.000 entschuldige nicht 60 600.000 natürlich aber das ist ja auch keine riesen leute anzahl leuten die da kontrolliert werden müssen muss ich sagen das kann man doch außen vor lassen diese 15 prozent die selber anbauen muss man die wirklich alle melden da hinten der herr hatte sich noch gemeldet mit dem hemd schon länger auch ich meine es wurde jetzt hier gesagt dass wir dem staat vertrauen können von wegen dass da die daten ist nicht missbraucht werden und so aber ich sag nur ist es nie gut wenn leute auf eine liste geschrieben werden das meine meinung deswegen bin ich absolut gegen ihre registrierung und was ich noch sagen wollte allgemein zum schon mal nachdenken wie gehen wir eigentlich mit dem argument der gegenseite um die dann sagen wird wenn wir eigen anbauen dann haben wir weniger steuereinnahmen genau hier und dann noch hier vorne zwei und ich würde hallo mein name ist schuldigung ich werde jetzt einmal um das silenzium bitten müssen danke und zwar folgendes ich habe eine meinung da wird man mich wahrscheinlich schlagen aber ich bin gegen eigenanbau ganz ehrlich der kollege hinten hat das gesagt worum geht das hier es geht hier darum steuern zu generieren und den schwarzmarkt zu unterbinden und das kann man am einfachsten meiner meinung nach nur dann wenn eigenanbau nicht erlaubt ist weil weil nämlich wie will man denn die höchstmengen kontrollieren wie will man wie will man andere aspekte kontrollieren definieren man macht nur neue baustellen auf ja dann heißt das der eine hat ein gramm zu viel angebaut dann heißt das der hat 0,2 prozent THC zu viel und 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 nur neue baustellen nur neue laberei kein eigenanbau da müssen die 60.000 leute halt oder 600.000 leute dann haben pech und kaufen sich ihren shit im laden und fertig und ich bin dann auch der meinung dass man das gleich bei dem anbauer besteuern muss in pakete einpacken ähnlich wie zigaretten mit steuerbande holt und jeder kann so viel mit schleppen wie er will ganz einfach halten und dann kann man irgendwann vielleicht noch mal meinetwegen wenn das so läuft den eigenanbau legalisieren und wie man das dann macht kann man sich immer noch streiten also das sind für mich hier pseudo baustellen die dann noch mal neu aufgemacht werden und das ist kein schmarrn ja danke für den input bitte keine flaschen werfen ja ganz ruhig wir haben tatsächlich überlegt das auch oder ich habe überlegt das als erste frage mit rein zu nehmen gibt es hier leute die gegen den eigenanbau sind wir sind davon ausgegangen dass hier niemand sein würde insofern schön dass wir heterogen sind dass wir divers aufgestellt sind das ist auch gut noch die drei hier vorne und dann würde ich die frage langsam stellen ja einfach gestalten gutes stichwort ich sehe eine einfache gestaltung darin dass man einfach sagt es gibt eine andere höchstmenge für unterwegs als eine für zuhause und wenn die für zuhause wesentlich höher ist dann ist klar man kann zuhause anbauen fertig vielleicht erst dirk und dann ach so und ich wollte jetzt noch darauf eingehen ich sehe nicht dass eigenanbau irgendwie die anderen geschäfte gefährdet denn die leute die eigen anbauen die werden trotzdem auch zwischendurch mal keine an sich für ostern oder weihnachten was besonderes oder fürs wochenende was feines holen die wollen auch nicht die ganze zeit dasselbe rauchen so ist ich muss ein paar dinge sagen zum einen erst mal was viele leute vielleicht vergessen haben ich habe immer wieder das wort polizei gehört die polizei wird bei den beiden wenn man einen eigenen anbau reguliert nicht der ansprechpartner sein was dazu kommt sobald kann abis legal ist wird der kann abis geruch kein grund mehr für eine hausdurchsuchung sein die polizei kann nicht mehr klopfen und sagen bei ihnen riecht es nach cannabis bitte lassen sie mich in die wohnung dann holt man die tüte raus und sagt moment das habe ich doch im laden gekauft habe vergessen die tüte zu zu machen sie können gar nicht hier reinkommen die polizei wird dann auch nicht mehr sage ich mal wegen cannabis geruch solche hausdurchsuchungen machen und wie gesagt die ansprechpartner werden dann eher die behörden sein und eine behörde geht eigentlich immer davon aus dass der bürger compliant ist ja und das nur im ausnahmefall geht eine behörde davon aus dass solche dinge kontrolliert werden müssen ja es geht da wirklich nur um den eigenschutz es geht darum wenn man wasserschaden verursacht dass man zum beispiel nicht die wohnung gekündigt kriegt ja dass wenn der vermieter mitbekommt dass man cannabis an dort dass man im mietvertrag drin bleibt ja das sind alles dinge die können wenn cannabis anbau komplett illegal bleibt wenn wir nicht aktiv den mit regulieren sind das alles dinge die werden weiterhin passieren ja derzeit ist cannabis anbauen kündigungsgrund ja wenn es um wenn es ums mietrecht geht und ich denke langfristig viele haben noch viele von uns haben noch nicht verstanden dass die polizei nicht mehr unser ansprechpartner sein wird ja unser ansprechpartner werden die behörden sein und die behörden sind eigentlich gehen die davon aus dass der bürger compliant ist ja und dass der bürger das gesetz nicht bricht was man ja zum beispiel auch an den bierbrauern sieht ja du hast ja auch gesagt eigentlich 200 liter meldet eh keiner an ja weil es keinen interessiert und die behörden kontrollieren das auch nicht so streng so wird es bei cannabis dann auch aussehen ja aber wir müssen denen schon was anbieten das ganz einfach und letztes letzte was ich sagen will in uruguay funktioniert das modell übrigens seit neun jahren also das ist für mich auch noch ein sehr starkes argument es gibt ein land auf der welt wo dieses modell erst rein funktioniert danke ja also als letzter vielleicht noch mal für mich ist es auch nicht so dass ich das total geil finde sich zu melden für dinge die man dann halt macht und dass jeder alles melden muss die 130 zu melden darum geht es nicht aber wenn ich eine höchstmenge habe und wir werden davon ausgehen müssen dass die regulierung erstmal so kommt dass es eine relativ kleine menge gibt die als höchstmenge gilt die wir menschen zu hause haben dürfen oder mit uns rumtragen dürfen und wenn ich aber Eigenanbau machen will dann muss diese höchstmenge größer sein der smarte weg zu sagen zu hause viel mehr zu haben als unterwegs wäre geil dann braucht man das vielleicht gar nicht so ausformulieren das glaube ich aber leider nicht weil die konservativen stellen in unserem land zu viel angst haben und wir dieses paket also auch mit bieten müssen wir werden mit einer höchstmenge leben müssen das wird über die nächsten 20 jahre aus raus eitern aber die wird erstmal da sein der eigenanbau ist günstig auch wenn er in der co2 bilanz vielleicht nicht so super ist aber es echt billig und draußen auf dem balkon erst recht viele leute haben nicht das geld ich weiß nicht was du verdienst viele leute können sich gras in der dispensary oder in der abgabestelle nicht leisten wollen trotzdem was kippen und wollen auch ihr eigenes zeug kippen was nicht so potent ist sondern was vielleicht genau das ist was sie lieben und das wollen wir alle oder ich will es zumindest deswegen sehe ich nochmal es ist ein pragmatischer ansatz die gesellschaft mitzunehmen und das ist das was wir hier ja versuchen dem dhv mitzugeben damit das dann als position von den politikern von den gesetzgebern mit gehört wird wenn ich anbaue zu hause und eben beim anbau abgebaut habe und dann ein kilo rumliegen habe dann bin ich strafbar wenn nur 50 gramm da sind das heißt diese anbau immer nachzuweisen das ist mein eigenes zeug das ist im nachgang schwer wenn ich vorher es angemeldet habe ist es schwer mir zu beweisen dass ich das nicht selbst angebaut habe deswegen finde ich es eine rechtssicherheit aber ich will nicht sagen ich habe die weisheit mit löffeln gefressen es ist meine meinung und meine erfahrung danke super vielen dank für eure meldungen ich weiß wir könnten den ganzen tag über jede einzelne der fragen diskutieren die wir heute haben aber wir sind zeitlich begrenzt von daher würde ich an dieser stelle die diskussion beenden mir ist jetzt vor allen dingen hier eins entgegen gekommen was ich in dieser frage nicht abgedeckt sehe nämlich die frage kontrollen wir haben jetzt hier nur ja nein anmeldung ja oder nein es gibt aber tatsächlich auch die frage soll mit einer anmeldung oder könnten mit einer anmeldung auch kontrollen zusammenhängen von daher gibt es gegen stimmen die der meinung sind dass wir das nicht mit als antwort möglichkeit hier aufnehmen sollten ja aber nur wenn es keine kontrollen gibt gibt es jemanden der das nicht für sinnvoll hält dann würde ich diese antwort möglichkeit hier noch spontan mit einbauen lassen von unserem fleißigen co-moderator henry hier der schon die ganze zeit wie wild mit tippt was ihr hier alle sagt ja super vielen dank für die tollen inputs und dann gleich eben diese frage live schalten kriegen wir das nicht geht nicht ja hast du schon perfekt wahnsinn das ging ja schnell ihr könnt jetzt fleißig abstimmen gibt es leute die noch scheitern an der technik nein alle fertig okay dann können wir jetzt mal das ergebnis zeigen ja ja aber nur ohne kontrollen also wir können quasi mit einer anmeldepflicht konform gehen wir können eine anmeldepflicht akzeptieren aber nur wenn eben keine verdachtsunabhängigen sag ich jetzt mal kontrollen stattfinden ja vielen dank dazu ich weiß es gibt noch ganz viele unterschiedliche meinungen dazu wir könnten darüber noch lange diskutieren ihr könnt im nachgang noch in der mittagspause und im raucherlounge und sonst wo diese themen durchdiskutieren aber aus zeitlichen gründen würde ich jetzt zur nächsten frage kommen die ist nämlich mindestens genauso spannend für den bedarften grower und zwar nämlich die frage welche gesamtmenge zu hause wäre sinnvoll zur lagerung was wollen wir quasi als möglichkeit zu hause zur lagerung haben auch hierzu 15 minuten offene debatte offene meinungsäußerungen genau vielleicht erst mal noch mal die hintere riege ein bisschen bedenken wir haben hier vorne links jemanden ja christian du machst das hier vorne weißes t shirt hier rechts war auch noch jemand das sind gramm genau das sind keine kilos da ist da ist natürlich erstmal die frage wonach definiert man das aufs jahr gerechnet auf monat auf woche weil wenn man aufs jahr gerechnet mal sagt okay man nimmt ein kilo ich glaube jetzt nicht dass da sich irgendwer benachteiligt fühlt weil wer raucht mehr als drei gramm am tag also natürlich möchte keinem erkennen dass er mehr als drei gramm raucht oder benutzt aber im schnitt glaube ich sind drei gramm pro tag gerechnet ja okay oder nicht was okay ist oder nicht darüber streiten sich die geister heute ja aber das hier ist auf jeden fall auf moment x gesehen also das ist auf den moment der kontrolle wo das aufgefunden wird quasi was da steht bezogen ja genau einmal direkt neben dran also wir haben halt auch das problem dass es leute geben wird die cbd gras vielleicht anbieten anbauen wollen und von daher müsste man vielleicht einen drug checking prozess im eigenanbau mit einbauen dass man vielleicht mit einem teil seiner ernte zu einem drug checking position geht und dass wir das vielleicht ab einer bestimmten thc obergrenze quasi erst also dass wir ab einer grenze keine ahnung ich weiß jetzt nicht wie groß die sein muss aber dass wir ab da halt erst mit dieser begrenzung vielleicht erst rechnen wenn wir jetzt unter ein prozent thc haben muss das begrenzt werden oder muss das nicht begrenzt werden das müssen darauf müssen wir uns einigen sonst können wir die frage eigentlich nicht beantworten ist ein interessanter input also wir sind in der konstruktion der frage denke ich davon ausgegangen nutzhanf wird komplett freigegeben also nutzhanf nach aktueller rechtlicher handhabung bis 0,3 prozent kann man quasi völlig unreguliert handhaben als tierpflanze was auch immer das ist die grundannahme wenn wir jetzt cbd sorten mit ein prozent oder zwei prozent oder drei prozent dann wird die debatte sehr komplex würde ich jetzt mal sagen von daher würde ich die jetzt nicht aufmachen wollen es wurde vorhin schon gesagt von mich und dass realpolitik wichtig ist in dieser debatte und ich denke mir die frage ist auch bisschen mit der realität mehr oder weniger doch zu verbinden egal welche willkürliche zahlen man auch nimmt es wird leute geben die drüber sind es ist einfach wir wissen alle wenn man eine pflanze hat und der boden gut ist und das jahr gut ist und die temperatur passt dann kommt da raus was rauskommt da kann ich als gärtner nicht großartig viel dazu beitragen und es gibt die natur macht was die natur macht ich denke mir deswegen dass das einzige was irgendwie sinn machen würde wenn man sagt man verbindet home grow und gesamtmenge dass man es halt irgendwie dokumentiert wenn ich draußen in einer saison über den sommer eine pflanze habe und das wird ein monster und ich kriege vier kilo daraus dann sollte das doch okay sein weil wieso sollte ich die beschneiden müssen dass ich weniger kriegt dann so das mache ich beim kürbis auch nicht ich schneide auch nicht so den will ich nicht den kürbis ich will alle kürbisse ich will alle gucken so ich will auch alle blüten von meiner cannabis pflanze genau zu der thematik hätte ich auch gedacht es gibt noch die möglichkeit man kann sagen man setzt toleranz grenzen hat diese relativ restriktive grenze die man setzt um die leute zufrieden zu stellen die die gesetze erstellen und man hat eine toleranz grenze die man jetzt quasi sich ausrechnet die realistisch wäre die man überschuss haben kann manchmal kann ja der ertrag das drei- oder vierfache von erwarteten sein man will ja trotzdem die grenze ausreizen aber nicht gefahr laufen zu viel zu haben und entsprechend diesen toleranz bereich zu haben dass wenn man damit erwischt wird der in diesem toleranz bereich ist das dann für kontrolle gemacht wird man sagt okay gut es gibt keine anzeichen das verkaufen es gibt auch keine anzeichen dass er das jetzt irgendwie missbrauchen will dann kann er damit wieder gehen und gar kein prozess da drum wäre so mein anreiz dazu ja moin zusammen benjamin mein name meiner meinung nach haben wir mit den dort zu sehenden ersten drei optionen eigentlich per se schon mal ein rechtsproblem wenn wir damit so anfangen wollen würden denn ist ja aktuell status quo dass ein arzt theoretisch 100 gramm aufschreiben könnte so pro monat das heißt wenn wir das ganze auf ein jahr hochrechnen wollen würden was ja das äquivalent für die selbstversorgung sein müsste wenn man das im sommer draußen machen wollen würde ja muss man einmal durchgang rechnen im idealfall das ist auch für die selbstversorgung machbar ist und das was wir jetzt haben auf dem jahr hochrechnen haben sind wir schon bei 1,2 kilo im prinzip im maximalwert was gehen würde das heißt alle optionen darunter würden hier zumindest mal ein diskutables problem darstellen ich habe tatsächlich eine verständnisfrage zu den mengen und zwar in welchem zustand also gerade frisch geerntet so und zählt jetzt zur lagerung oder im abschließend getrockneten zustand mit dem endgewicht das es dann haben wird die varianz dazwischen ist ja schon relativ groß also wenn du gerade frisch geerntet hast hast du eine signifikant höhere menge als drei monate später immer trocken ja genau aber wie definieren wir das ist jetzt trocken also das würde mir jetzt fehlen bei 500.000 oder 2000 gramm ja ist nicht ausdefiniert aber wir gehen einfach von trocken aus sage ich mal end consumer ready so ja genau ja hallo ich bin der peter immer also ich möchte mich im speziellen verwehren gegen diese sachen naja drei gramm müssten ja eigentlich genug sein oder so ich bin zutiefst nikotin bzw rauch abhängig ich komme da nicht raus seit über 40 jahren nicht mit cannabis jedoch kann ich extrem den tabak reduzieren extrem und ich habe häufig das problem dass einfach das gras zu stark ist das hasch zu stark ist und immer noch zu viel tabak drin ist also ich bin vermutlich so ein kandidat der in legalen zeiten irgend so ein 35 prozent ältert muss schmecken es muss eine befriedigung bei mir auslösen die eben kein mega high oder stoned ist sondern mir fehlt etwas anderes was ich damit auffülle und das sind hauptsächlich terpene aber auf gar keinen fall cbd also ich kann keine high cbd sorten rauchen die jetzt irgendwie gut schmecken die haben irgendetwas zu viel und was anderes zu wenig aber mit so fünf sechs acht prozent sorten oder so da werde ich dann am tag fünf oder acht gramm rauchen ja werde ich und das ist nicht viel weil derjenige der vielleicht nur drei gramm 80 prozent debbing konzentrat zu sich nimmt ja das schaffe ich in drei wochen etwa der am tag raucht also lasst uns aufhören irgendwelche irgendwie zu denken dass man selber irgendeinen maßstab für denjenigen der neben einem steht so lasst uns lieber aufzeigen dass eben genau diese problematiken besteht bestehen also ich werde unbedingt selbst anbauen wollen müssen um nicht mehr unter dem druck zu stehen nicht das superperfekte krass jederzeit zur verfügung zu haben was es mir ermöglicht völlig tabakfrei zu sein als 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 kleinen abschluss noch um quasi den druck aus mir und all den anderen rauszunehmen wir werden im ersten jahr wenn eigenanbau erlaubt wird werden irgendwelche leute sich drei päckchen mit zehn samen holen werden die in den garten schmeißen die werden 10 15 kilo über haben wenn da irgendetwas besonders gut läuft das ja danach sollten die keine 15 kilo mehr über haben sondern wissen okay das läuft gut bei mir aber so drei kilo über haben das ist so was von normal und mit drei kilo meine ich dann auch furztrockene blüte und das sind fall noch zweieinhalb kilo allerlei an wo man schönes haschig draus machen kann oder extrakte für edibles so also wir müssen einen ort schaffen wo jeder ohne eine lizenz seinen überbedarf loswerden kann und der staat glücklich drüber ist dass er dieses zeug bekommt ich habe dafür ein modell will ich aber jetzt nicht weiter darauf eingehen dankeschön ja ich wollte auch mal darauf eingehen also ich finde das auch gut weil ich denke auch dass teilweise ja der prozent gehalt im cannabis macht eben auch einen unterschied wie viel das ist aber wenn man jetzt eben davon ausgeht dass es dann eben nicht mehr die polizei ist die kontrollen machen sondern zoll oder wer auch immer und das ist ein steuervergehen ist dann ist es ja auch eine kombination also beim bier zum beispiel ist ja wiederum so ich darf auch mehr als 2000 liter braun nur dann muss ich darauf steuern zahlen und dann ist es auch beim bier ist genauso eine 4,9 prozent alkohol sind die steuern geringer drüber sind sie höher das heißt dann ist auch davon abhängig diese das bier was die 2000 liter überschreitet was für ein bier ist es wie viel steuern zahle ich darauf und da ist eben auch hier die frage will man wirklich eine lagermenge definieren wie viel ich haben darf oder wie viel darf ich anbauen und wie viel steuern muss ich dann darauf zahlen das als anmerkung von mir dankeschön ich würde noch drei fragen machen hier vorne und einmal da hinten noch und dann in die abstimmung gehen ja also ich habe ja eben im vortrag auch schon gesagt ich halte viel von nachhaltigkeit das heißt ich bin auch dafür ganz wichtig dass man hier den outdoor anbau mit einbezieht und da sind wir schon bei mengen haben wir eben schon gesagt die sind schon relativ hoch das heißt auch du hast recht du hast eben gesagt man kann jetzt nicht jeden einzelnen bestimmen wie viel er raucht der eine mehr der andere weniger klar aber es gibt ja eine möglichkeit dass ich hätte eine idee wie man das regelt indem er die überschüsse ja an cannabis social clubs abgeben darf sofern cannabis social clubs gibt ja dann sagt man halt ich da man darf maximal so und so viel im jahr anbauen und wenn man mehr anbaut muss man entweder steuern bezahlen drauf oder mehr raucht rauchen ist halt teuer ja oder man gibt es halt natürlich ein cannabis social club mit dem labor zusammenarbeiten dass man das vorher testen lassen kann und wenn das dann keine der pestizide und so weiter hält wenn es sauber ist wäre das ja eine möglichkeit ich meine es ist ja beim strom ist es ja ähnlich es war bis vor 20 30 jahren war es verboten selber zu hause strom herzustellen und den strom ins netz zu speisen ja heute ist es so man kreut sich seinen eigenen strom und wenn man sich zu wenn man zu viel strom anbaut dann haut man den ins netz und kriegt da noch knete für ja alles komplett legal und ich denke das ist das ist eine langfristige perspektive von der man auch die politik überzeugen kann dass jeder seinen eigenen bedarf anbaut und dann halt die überschüsse auch wirklich versteuert an cannabis social club geben darf dann haben das ist eine win-win-situation dann freut sich das finanzamt die grauer freuen sich die social clubs freuen sich und keiner gibt mir eine straftat und deswegen denke ich ich werde hier die 2000 ankreuzen damit der outdoor anwahl auch gereguliert ist ich habe mir ich habe gerechnet wie du gesagt hast anderthalb kilo kann man schon mal gut rauskriegen dann hat man gerade noch mal 500 gramm wenn die dann im juli wenn im juli mal nachgeguckt wird der hand inspektor kommt dann hat man da noch 500 gramm draußen stehen von unfertigen blüten und dann müssen schon zwei kilo sein ja aber dann halt parallel der regulierung dass man die überschüsse dann halt ins öffentliche cannabis nicht einspeisen darf genau ich bin es noch mal also wir hatten ja auch schon angesprochen den unterschied zwischen indoor und outdoor und ich denke mal da müsste man letzten endes bei einer höchsten menge auch differenzieren weil der unterschied ist ganz klar outdoor fange ich einmal anfang des jahres an ernte am ende des jahres und die nächste ernte gibt es am ende des nächsten jahres das heißt das ganze zeug muss ein jahr reichen wenn ich dagegen indoor mache dann habe habe ich meine zwei drei monate blütephase und kann wenn die abgeschlossen ist theoretisch die nächsten pflanzen schon in die blüte stecken schicken und habe dann wieder zwei drei monate später das nächste das heißt da kommt muss das zeug wesentlich kürzer reichen insofern plus man hätte dann die möglichkeit darüber auch gleich den autor anbauen ein bisschen zu bevorzugen und die leute den leuten einfach einen anreiz zu geben dass der autor geworden damit weil das ganze wie eben deutlich klimafreundlicher ist dann thema höchstmengen wie genau regelt man das ist ja auch fachlich an die frage unterschiedlich indoor ist im grunde genommen relativ egal wie viele pflanzen ich habe das geht da eher um die licht die wattzahl und die quadratmeter das heißt da könnte man meinetwegen was machen eine maximale fläche mit einer maximalen wattzahl dass das in beide richtungen grob gedeckelt ist wattzahl um natürlich auch klar man kann auch 1000 watt auf dem quadratmeter ballern wird dann aber relativ ineffizient fürs klima und bringt nicht so viel das heißt man sagt meinetwegen wie viel auch immer ist ja egal dass man auf jeden fall das was da realistisch bei rauskommt als indoor zu hause haben darf plus die nächsten pflanzen noch in der blüte sind und sobald die geerntet sind muss das ganze natürlich dann also trockene sachen sind auf die berechnungsmenge relevant aber man darf noch was richtiges was am wachsen haben genau am auto dagegen ist einfach die pflanzen anzahl die frage da genau während indoor wie gesagt kann man einen quadratmeter voll mit 20 stecklingen ballern oder eine pflanze züchten kommt am ende ähnlich viel raus outdoor hat man natürlich wenn man es rechtzeitig vorbereitet schön toppt und so kann man da durchaus ein kilo pro pflanze ernten das zu der frage der pflanzen zahlen und und der sonstigen begrenzungen kommen wir gleich noch reden gerade über die lagermenge quasi die die zu hause gelagert werden kann die anderen aspekte werden wir gleich noch betreuen ja auch davon ab wie das genau machst also würde ich sagen auto und indoor muss man schon differenzieren an dem punkt so die letzte wortmeldung hier vorne noch ja mit dem hemd genau und danach gehen wir in die abstimmung ja ich bin der tobias aus dortmund und ich meine es geht ja schon alles ziemlich ineinander über ich denke auch da man muss so ein bisschen die realpolitik leider im auge behalten ich höre hier sehr viele ideologien ideologische ansätze die schön sind aber leider nicht real ja also ich denke man sollte wirklich beachten dass man dem gesetzgeber eine eine niederschwelliges angebot macht ja dass das es nicht zu kompliziert wird dass der eigenanbau möglich ist nach möglichkeit outdoor bevorzugen und diese ganzen grenzwerte würde ich man muss es auf irgendetwas reduzieren vielleicht auf die pflanzenmenge dass ich habe gerade gehört es kommt schon weil weil alles andere wird schwierig vier pflanzen ob die jetzt auto oder indoor stehen ist egal dann ist die 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 obermenge egal oder man sie siedelt sich irgendwo bei einem halben kilo oder kilo an da könnte man mit auskommen aber aber ich möchte noch mal den fokus ein bisschen auf lenken dass es halt realistisch sein muss und dass es nicht überreguliert wird weil da hat der gesetzgeber definitiv keinen bock drauf gut vielen dank für die vielen tollen inputs wir würden jetzt die abstimmung starten henry schaltet das jetzt frei und dann könnt ihr auf der bereits bekannten seite mit den hier angezeigten codes über diese frage abstimmen so haben alle abgestimmt wunderbar dann einmal das ergebnis bitte jawohl gut ein nicht ganz unerwartbares meinungsbild bei dem klientel was wir hier sitzen haben sicherlich wird es schwierig das an die politik zu vermitteln aber das muss dann jemand anders machen das ist dann nicht mehr meine aufgabe von daher nehmen wir das einfach mit und geben das an die entscheidungsträger als unsere meinung als unsere einstellung ja gut dann widmen wir uns der nächsten frage wir müssen ein bisschen aufs gaspedal treten und zwar genau soll auch der outdoor anbau von cannabis im privaten garten oder auf dem balkon ermöglicht werden erlaubt werden ich würde sagen wir versuchen es mal mit fünf wortmeldungen gibt es leute die was ganz wichtiges dazu zu sagen haben luk einmal hier simon noch ich vermute auch wir werden relativ klares bild haben am ende aber die frage ist nicht ganz unwichtig weil es natürlich durchaus auch länder gibt in denen eben der anbau im freien nicht erlaubt ist okay also ganz klares ja ich möchte allerdings noch gerne anfügen nicht jeder gerade in den großstädten hat einen eigenen balkon oder ein helles zimmer und ich halte auch den eigenanbau nicht als ideallösung für jeden der gerne cannabis konsumiert aus dem grund dass wie gesagt landwirte social clubs patienten ganz andere andere länder machen es vor möglichkeiten gefunden haben hochwertiges und vor allen dingen günstiges cannabis herzustellen und nicht jeder der cannabis gerne konsumiert will es auch gleichzeitig grohn deswegen wichtig es auf dem balkon machen zu dürfen aber ich glaube wir müssen die die thematik eigenanbau noch wesentlich weiter denken hallo ich bin simon und ich frage mich warum wir überhaupt unterscheiden es ist beides im privaten rahmen beides ist dann in meinen eigenen vier wänden ob das jetzt drin oder draußen ist macht keinen unterschied dementsprechend natürlich sollte man auch outdoor growing machen gerade auch im sinne der umwelt naja es ist eben nicht in den eigenen vier wänden wenn es im garten ist das ist schon nochmal unterschied und das ermöglicht theoretisch den zugriff von dritten natürlich eher als wenn es in hinter geschlossenen türen ist genau hier einmal die reihe durch hallo bin der klaus ansässig in köln und in luxemburg in luxemburg ist es dieses jahr erlaubt vier pflanzen anzubauen wir haben jetzt auch vier pflanzen auf dem balkon sehr gut zu sehen mir hat vorhin mir hat vorhin allerdings ein kollege gesagt dass es nicht erlaubt ist dass die sichtbar sind jetzt weiß ich nicht ob da zwischen den ländern ein unterschied gemacht wird es wäre interessant da hat der mich ja bestimmt was zu sagen wie es in uruguay läuft gibt es denn jetzt nicht beste erfahrungen aus anderen ländern bezüglich eigenanbau dann haben wir das thema nachhaltigkeit gehabt ich glaube es ist ganz wichtig hier bei eigenanbau auf dem balkon oder im garten eindeutiges ja weil es natürlich auch viel nachhaltiger ist und bei der ganzen diskussion simplify ich glaube wir müssen jetzt um den politischen weg richtig zu gehen müssen es für die politiker so einfach wie möglich machen und sollten gucken dass wir hier vielleicht gemeinschaftliches output kriegen was wir den politikern mitgeben sollten und das ganze thema ein anbau so einfach wie möglich für alle zu machen vielleicht kann der mich ja da noch mal ein bisschen stellung zu nehmen zu best cases aus anderen ländern uruguay oder luxemburg danke er hat sich schon gemeldet aber wir haben noch zwei andere leute da hinten gehabt vielleicht die zuerst noch und dann mich ja und dann müssen wir schon weitermachen zur nächsten frage gab es noch weitere meldungen hier in dem bereich die dame oder hat sich erledigt okay dann erst mal micha und dann das gelbe t-shirt und dann wenn die dame dann noch möchte sie noch und dann gehen wir weiter ja da gibt es durchaus verschiedene regelungen werden wir eben schon gehört in luxemburg darf und da habe ich das stimmt auch in luxemburg darf man die pflanzen nicht sehen das heißt es im prinzip ist es indoor fast auf indianbau begrenzt weil wenn man sie nicht sieht kann auch nicht viel licht dran kommen ja weil pflanzen brauchen halt ein helles fenster klar kann man die irgendwo in die ecke vom wohnzimmer stellen aber auch selbst wenn man vorhang vorhängt bringt es halt nicht viel ja das heißt es wird dann größtenteils indianbau geben in den meisten us-bundesstaaten ist es so da muss das gelände umfriedet sein ja umfriedet heißt einfach mit dem zaun oder mit ein paar büschen so dass es halt klar ist dass es privat gelände ist dann gibt es noch sage ich mal länder die wollen dass so wie in spanien dass es nicht sichtbar ist aber autor halt geht sprich in einem gut abgesicherten garten wo hat auch eine sichtschutzmauer steht das ist aber da nicht so genau definiert ja in den niederlanden ist es so da ist der auto anbau nur dann erlaubt wenn er die nachbarn nicht stört ja das heißt da gibt es ist auch umfriedet auch aus muss umfriedet sein in den niederlanden und da dürfen die nachbarn weil es ja auch nicht legal sondern nur toleriert ist da können die nachbarn aber dann halt auch sagen nehmen mich stört das das riecht das sieht nicht schön aus und in dem fall können kommt dann die polizei und räumt es ab ja und deswegen gibt es halt in meinen augen drei möglichkeiten gar nicht umfriedet oder absolut sichtgeschützt dankeschön last but not least der herr mit dem gelben t-shirt noch mal und dann gehen wir ins leider schon wieder ja für mich gilt nur einen punkt und das ist die nachhaltigkeit indoor growing ist nicht nachhaltig das ist tatsächlich dennoch ist es natürlich weniger nachhaltig ein gerät zu benutzen um strom zu erzeugen um danach mit geräten wieder licht zu erzeugen das ist selbstverständlich ein gewisser technischer aufwand aber gut ich würde die diskussion an dieser stelle beenden und in die abstimmung gehen ihr könnt alle eure handys zücken und wir stimmen einmal ab über die frage soll auch der outdoor anbau von cannabis erlaubt werden ich gehe davon aus wir werden hier ddr mäßige resultate erzielen gut 3 2 1 dann beenden wir hier mit die abstimmung und zeigen euch das ergebnis ich habe es mir fast gedacht ja 98 prozent sagen quasi ja und ein teil davon nur wenn kein fremdzugang ermöglicht wird das ist eine klare message denke ich und entspricht auch meiner meinung und freut mich dass ihr das auch so seht gut ja ich würde das thema jetzt hier beenden ach so es sind 101 prozent insgesamt ja gut das sind statistische unklarheiten würde ich mal sagen gut die nächste frage und das sind im prinzip drei fragen die wir zusammenstellen können nach welchen kriterien oder der eigenanbau begrenzt werden und danach werden wir noch abfragen wie da jeweils die kennenziffern sein sollen aus zeitgründen müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen das heißt ich würde jetzt hier über die frage nach welchem kriterium wollen wir das begrenzen keine große diskussion zu lassen sondern die er dann in die einzelnen fragen packen wenn das für euch okay ist gewicht haben wir ja sowieso also wir gehen fest davon aus dass es eine lagermenge geben wird eine begrenzung der lagermenge die man haben kann man könnte natürlich sagen auch die produktion sollte nach gewicht begrenzt werden aber das halten wir für organisatorisch schwierig sage ich mal genau von daher aufgrund der kürze der zeit weil wir in einer viertelstunde schon in die mittagspause gehen sollen und auch wollen nämlich an würde ich an dieser stelle einfach direkt in die abstimmung gehen ohne jedes nein okay gut drei fragen ich habe ich sehe acht meldungen aktuell bitte jetzt mal nur die denen es ganz wichtig ist ja einmal da hinten und dann vier hier vorne bitte möglichst kurz halten danke ja bei der pflanzenanzahl ist es dann die pflanzenanzahl die in blüte steht oder die gerade am vorderblüte stehen oder gerade geerntet werden das ist die große frage pflanzenanzahl das ist eine gute frage ja ja wir haben acht meldungen es wird eher zu lange dauern ja für mich fehlt danach die dass man vielleicht nach volumen geht nach ich darf zwei kubikmeter anbauen volumen ok wir haben ja eben schon gesagt dass der anbau unter natürlichem licht eine tolle sache ist egal ob jetzt am fenster am balkon oder im garten wenn man in einen hat und deswegen finde ich die lampenleistung da ein bisschen unpassenden faktor weil letztendlich wird das dann den anbau auf diesen sonnenlicht bereichen überhaupt nicht eingrenzen bei der lampenleistung würde ich mich damit auch anschließen weil sollen wir jetzt die sonne begrenzen oder weil ich sage mal so ob ich mir jetzt eine 300 watt lampe dahin stelle oder eine 3000 watt ist in der theorie erst mal egal weil wenn ich nur eine pflanze haben will mit der 3000 watt damit ich mehr rauskriege oder wenn ich fünf pflanzen habe mit 1000 watt das schwachsinn und bei der abstimmung ist das problem dass man nur eins auswählen kann wenn man das können wir gleich noch ändern tatsächlich ja okay gut gibt es da jemand der da was dagegen hat dass wir sendern oder dass wir mehrere antworten ermöglichen spricht nichts dagegen wunderbar werden wir gleich machen bitte okay ich übernehme ich glaube das funktioniert sonst nicht ich möchte das gewicht doch noch mal mit einstreuen und zwar an der blickwinkel und zwar wir haben ja schon gesagt wir haben ja schon zu hause eine höchstmenge als beispiel definiert das kann ja auch das einzige kriterium werden dass man über das gar nicht mehr nachdenkt also man sagt zu hause beispielsweise zwei kilo sie zu dass du das nicht überschreitest gut eine allerletzte meldung noch ja da vorne rote kappe ich würde einfach zustimmen weil ob ich jetzt damit mit einer pflanze zwei kilo rauskriege oder mit fünf pflanzen zwei kilo rauskriege ist ja dann im endeffekt egal gut vielen dank jetzt ist die frage wie modifizieren wir diese frage wir werden einmal mehrere antworten ermöglichen und dann sollen wir noch das thema gewicht reinbringen bitte einmal so machen wenn ihr dafür seid gut nein das war die lagermenge jetzt war der vorschlag dass wir gewicht als begrenzung der produktion quasi dass man sagt man darf zwei kilo produzieren pro jahr das kann man natürlich nicht ja das kann man nicht überwachen das ist vollkommen richtig aber es war der vorschlag aus der gruppe und von daher nehme ich das einfach hier auf gut bevor wir jetzt hier in eine offene diskussion gehen wo keiner verstehen kann was gesagt wird gibt es leute die dagegen sind dass wir gewicht als antwort möglichkeit hier mit aufnehmen das sind drei vier fünf sechs damit gibt es eine ganz klare meinung wir nehmen gewicht mit auf als frage und ermöglichen mehrere antworten und enthaltung bitte auch einmal noch gut dann würde ich jetzt hier in die abstimmung gehen wenn wir gleich fertig sind mit der fragestellung und dann könnt ihr eure geräte zücken und abstimmen nach welchem kriterium wollen wir den eigenen anbau begrenzen unter der annahme dass es eine begrenzung geben wird natürlich würden viele von uns sich wünschen dass es völlig unbegrenzt ist quadratmeter lampenleistung pflanzenanzahl gewicht oder enthaltung ich enthalte mich ich kann mich nicht entscheiden gibt es noch ein paar leute die noch nicht abgestimmt haben das ist nicht der fall dann zeigen wir euch das ergebnis ich bin selber gespannt pflanzenanzahl und gewicht tatsächlich auch sehr weit oben ok gut dann gehen wir in die nächsten drei fragen wir haben jetzt keine frage fürs gewicht vorbereitet weil das jetzt spontan dazu gekommen ist aber von daher erstmal die nächsten drei fragen und die diskussion dazu würde ich zusammenfassen wir haben noch fünf minuten zeit wir können fünf minuten überziehen das geht von eurer ess und rauchzeit im zweifelsfall ab aber genau die nächsten drei fragen in der diskussion jetzt erstmal zusammenfassen wie hoch soll die pflanzenanzahl sein wie hoch soll die quadratmeter begrenzung sein oder wie hoch sollte die lampenleistungs begrenzung sein sofern wir das wollen quasi hierzu wortmeldungen möglichst kurz halten auch hier bitte 123 also ich bin der meinung dass wir pflanzenanzahl für draußen am besten anlegen und die quadratmeter begrenzung für innen drin weil draußen werden die pflanzen auch gerne mal größer wie wir ja schon vorhin häufiger angesprochen haben und auch für innen drin würde ich dann also für outdoor immer in der blüte rechnen also ich rechne mit pflanzen immer in der blüte pflanzen die nicht in der blüte sind bin ich der meinung können wir so viele haben wie wir wollen so viele stecklinge so viele muttis egal draußen dann zehn pflanzen von mir aus das ist jetzt eine bauchentscheidung damit sollte man recht recht gut zurechtkommen oder innen drin bis zu zweieinhalb quadratmeter die gängigsten die gängigsten pflanzen zeltformen sind entweder 1 20 auf 1 20 oder 1 50 auf 1 50 und damit wären wir dann bei zwei bis zweieinhalb quadratmetern womit man sich recht gut versorgen könnte da hat man alle zwei drei monate drei kilo ungefähr oder zwei und finde ich das passt also zweieinhalb quadratmetern ich würde gerne gleich darauf reagieren weil wenn du sagst im garten zehn pflanzen wie willst du dann nicht begrenzen auf zwei kilo im jahr die du punkten kannst du bist dagegen ok also wenn du mehr als zwei drei pflanzen im garten anbauen kannst dann kannst du die obergrenze von der lagermenge total gleich also weglassen das macht ja dann überhaupt keinen sinn hier vorne war eine meldung hier vorne rechts ja also eine sache die ich zu bedenken finde ich finde gerade bei einem eigenbau eigenanbau sehr spannend dass man zwischen so vielen sorten unterscheiden kann und wenn man jetzt eine anzahl auf die pflanzen begrenzt dann begrenzt man sich auch selber auf die varietäten also ich muss ja nicht jede pflanze bis zur blüte aus also bis bis zum vollen ertrag ausreifen also ich muss jede pflanze zwei kilo dran haben aber es wäre interessant 15 pflanzen von derselben sorte zu haben und mir davon die beste auszusuchen und die dann möglicherweise fortzuführen ja wenn du jemanden gesehen hast zwei drei minütchen haben wir noch also ich bin persönlich für die pflanzenanzahl weil wir wissen ja dass jede pflanze ein eigengewicht bringt beziehungsweise wenn du eine ak 46 züchtest dann weißt du ungefähr im schnitt okay indoor wird dir die pro pflanze vielleicht 360 gramm abwerfen draußen allerdings zwei kilo oder sowas pro pflanze also und wenn du eine schöne indica züchten willst oder eine sativa dann brauchst du einfach mehr platz also eine schöne sativa wenn die schön buschig werden soll dann brauchst du einfach platz und von daher würde ich das eben nicht auf die quadratmeter zahl begrenzen weil da wirst du dich auch ziemlich begrenzen in deinen möglichkeiten und ja deshalb würde ich da schon eher auf die pflanzenanzahl gehen dankeschön gibt es noch wortmeldungen in kürze genau jonas noch hier vorne wichtige ergänzung pflanzenanzahl in blühenden weiblichen pflanzen weil sonst ist es natürlich schwachsinn dann zieht man sich drei pflanzen vor wenn es meinetwegen die menge wäre werden zwei davon männlich und eine zwittert war es das so deswegen blühen weil man auch erst weiß wenn es anfängt zu blühen was was wird würde ich das so sagen oder man könnte sogar vergess wenn ich rede ist genau die frage kam jetzt mehrmals ich gehe auch sehr stark davon aus dass wir bei den pflanzen von blühenden pflanzen sprechen so wie es ja auch im cannabis kontrollgesetz geschrieben stand blühende pflanzen sind das was es zu regulieren gilt nicht blühende pflanzen sind eigentlich nicht regulierungswürdig gut dann begeben wir uns in die erste der drei fragen nämlich pflanzenanzahl ist das sein glaube ich quadratmeter ist die erste frage wenn wir davon ausgehen dass eine quadratmeter begrenzung kommt wie groß hätten wir diese gerne wir haben wir die frage nach auto anbau war ursprünglich nicht enthalten und möchte ich mal dazu sagen die wurde vor kurzer zeit dort hinzugefügt von daher ist das hier jetzt nicht austariert im prinzip ist hier beides gemeint und tatsächlich ist das indifferenziert allerdings ist mir auch kein land bekannt mich ja vielleicht kannst du mich korrigieren in dem irgendeine differenzierung zwischen outdoor und indoor anbau gesetzlich stattfindet inwiefern genau aber das sind keine gesetzlichen regelungen also in den niederlanden ist das eine tolerierung und in luxemburg ist der indoor anbau ist der auto anbau nicht verboten sondern es ist der anbau unter sicht quasi wo ich jetzt aber kleines problem mit haben wenn wir uns jetzt zum beispiel für zwei entscheiden was ich für indoor jetzt zum beispiel absolut nachvollziehbar finde pro person ja dann beschränken wir die leute die auto anbauen wollen extrem ja wenn wir uns jetzt für fünf entscheiden dann geben wir den leuten die indoor anbauen natürlich die möglichkeit richtig viel wie zu produzieren was wer weiß was sie damit machen ja und das wollen wir ja auch vermeiden damit wir dem gesetzgeber keine mühle kein wasser auf die mühlen geben damit er sagt ja nee das geht ja eh nicht zu regulieren deswegen muss ich da ist ein bisschen problematisch weil ich weiß ja also ich sag mal so wenn es um indoor geht drücke ich auf die zwei wenn zum autor geht drücke ich auf die fünf so und schwierig gut ich kann es jetzt leider nicht ändern die frage wir können theoretisch noch eine option hinzufügen sowas wie unentschieden aber wir können nicht die frage an sich jetzt ändern quasi ok können da alle mit konform gehen wir fügen zwei optionen hinzu einmal unentschieden und einmal quadratmeter ist keine sinnvolle option zur abgrenzung ok keine gegenstimmen dann übernehmen wir das so als optionen unentschieden oder das ist keine sinnvolle abgrenzung und damit starten wir jetzt diese abstimmung damit ihr alle rechtzeitig zum essen kommt denn wir sind schon zwei minuten drüber unten wird schon aufgetischt also jetzt abstimmen und wir haben noch zwei weitere fragen last chance wunderbar dann würde ich jetzt das ergebnis mal präsentieren bzw unser lieber henry keine sinnvolle abgrenzung wahnsinn ok also ganz klare meinung hier im plenum quadratmeter ist nicht sinnvoll dann gehen wir in die nächste frage und ich vermute wir können da die gleichen ergänzungen machen wie viel watt würden wir uns vorstellen auch hier würde ich die beiden optionen hinzufügen wie eben besprochen keine sinnvolle option und unentschieden gibt es gegen stimmen oder weitere ergänzungen aus eurer sicht in 321 dann fügen wir diese beiden optionen hinzu ich weiß auch nicht warum das hier ständig so flackert also das ist hdmi kabel ok hast schon versucht naja ist drinnen dann starten wir hier mit diese abstimmung 321 ich bin gespannt ob das ähnlich aussieht ich persönlich halte ja die wattzahl nein ich sag jetzt nichts will ja nichts beeinflusst ok 62 personen haben abgestimmt 5 4 3 2 1 das ergebnis ist auch hier einhellige meinung das ist keine sinnvolle option nach wattzahl zu berechnen also bleibt uns damit die pflanzenzahl noch als letzte frage wie gesagt zum gewicht haben wir jetzt keine frage vorbereitet kriegen wir jetzt auch in der kürze der zeit nicht hin müssen wir dann irgendwie uns zurecht denken auch hier keine sinnvolle option als ergänzung und unentschieden wir reden hier nur über weibliche blühende pflanzen die also regulierungsbedürftig sind die rein theoretisch vielleicht irgendjemanden heimachen könnten oh mein gott also wir haben die frage fertig und wir gehen in die abstimmung zückt eure geräte und stimmt ab ich bin gespannt siehst du die antwort zahlen waren auch schon durchaus in der diskussion weil leute gesagt haben es gibt keine keine dreieckigen growth zelte für drei pflanzen aber letzten endes das ist alles nur doch gibt es natürlich aber es ist nicht üblich danke der fachmann korrigiert mich gleich aber letzten endes noch mal ganz klar auch das hier ist alles nur meinungsbild das sind alles nur richtwerte das sind alles nur linien irgendwie an denen sich im endeffekt dann dritte orientieren können ich denke wir sind fertig haben alle abgestimmt dann einmal zum ergebnis 10 oder keine sinnvolle option okay interessant na gut also hier ganz klare tendenz zu viel ich vermute mal der ein oder andere hätte gerne noch mehr ausgewählt wenn es das als option gegeben hätte insofern michael der rest der leute kann dich nicht hören da wir keine mikrofone haben unten wird gerade leckerstes essen aufgetischt die smokehouse lounge ist eröffnet ich danke euch allen für euren input und für euer dasein für die rege beteiligung das war super habt einen wunderschönen tag genießt diese konferenz und in zwei jahren machen wir dann hier stecklinge tauschen und so ne ja bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020